So, wir haben diesmal zwei Vögel und zwar einmal der Bobby und der Charlie. Jetzt weiß ich gar nicht, wer was ist, wobei Bobby ist eigentlich eine Vogelfrau, aber ich kann es Ihnen nicht sagen. Also es sind zwei Graupapageien, die sind circa 25 Jahre alt, wurden abgegeben hier im Tierheim von einer älteren Dame, die sie nicht mehr halten konnte und suchen jetzt eine neue Familie. Schön wäre, wenn sie im Sommer, so wie hier, in einer Voliere wohnen könnten, weil das mögen sie sehr. Die sitzen gern in der Sonne, genau, Voliere ist schön, sitzen gern in der Sonne, sitzen auch gerne mal im Regen. Das freut sie, im Winter brauchen sie natürlich eine Heizung, also im Winter müssen sie nach drinnen. Die sind sehr zutraulich und wirklich sehr freundliche Tiere. Man muss halt bedenken, die werden bis zu 80 Jahre alt, also man entscheidet sich wirklich für länger. Wenn sie sich für die beiden Graupapageien interessieren, schauen sie einfach mal hier im Tierheim vorbei. Ob die Ihnen das Mikro beißen? Ich probiere mal. Geht da blöd, geht da lieber zurück.